hört ihr das auch es ist ein ausfluss nein es ist hand an showdown schönes eingeschaltet habe vom test server zu patch 1.6 part 2 neue map und mit dabei sind noch mun und dragoon hallo hallo wer hat ausfluss der fluss der fluss hat ausfluss der fluss hat ausfluss ja da hinten aber dahinter irgendwo da wer möchte den wunderbaren kerlchen hier 180 ich habe nichts bimmeln gehört ich habe zumindest die bimmel gefunden ich weiß nicht wie die es war ich habe zumindest mit dem skop nix gesehen natürlich ja immer aber sonst lachen aber bing 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 ok ich sehe mich jetzt habe ich ein balken weg warum hast du ihn nicht gehauen ich habe den erst nicht gesehen weil ich halt von der sunde geguckt habe und dann habe ich den gehört und dann war es zu spät genannten die map macht echt spaß und ich meine die map ist auch echt schön aber ich finde die map schwierig was glaubt ihr könnt ihr jetzt die map raus kommen nächste woche august mitte ging mit ja dann ist halt hat er halt handgeburtstag aber man kann das jetzt ja schon spielen ja war das nicht ziemlich früh keine Ahnung vielleicht wollen die einiges testen ich weiß es nicht wäre schön wenn es relativ schnell rauskommen würde wenn sonst keine großartigen bugs haben bis auf das wo man nicht hin und her schalten kann zwischen den leuten wenn man zugucken will boah dieses gebäude hier ist special money aber dieses gebäude ist riesig aber was hat es nicht heilung achso da fühlt man sich überhaupt nicht veräppelt gibt es auch veräppelt was mit dem hm bei dem denkst du ja nicht aber das apple wissen sie dass sie ganz schön doof sind ich weiß ok ich seh niemanden sie wird niemand mehr auf der web sein ich hab mich umgeguckt ne ich seh niemanden bestimmt ich seh sie auch nicht mehr ich weiß danke das ist ein raben das ist ein Hinweis das ist ein Hinweis das ist ein Hinweis das müsste nicht so tun dass auch da einer ist au 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 1 zu 1 ja da ist auch jemand irgendwo in der Nähe ne au 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 mein gott ja guter 3 ok eine high food kaputt oder wo die ist ja da oben drauf stopp komm wir sind welche ja welcher bist du 1 auf 2 3 2 drin draußen draußen glaub ich zumindest ich hab die halt rennen gehört ich seh niemanden das ist zu das ist okay im auf dann Atlant die hat die 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 in Hörst du jetzt auch, oder? Ist da keiner, kann man weiter, oder? Es sind doch welche. Wo denn? Hörst du das nicht? Nee, hört er nicht. Vielleicht wird er erschossen. Nicht da hingucken. Da sind die doch. Aus der Richtung. Hat sie ping? Ja, hier rennen hier welche rum. Da bin ich ein bisschen zu weit weg für. Der Hinweis ist doch leise, oder? Hier sind wirklich welche. Ragoon sieht das ja heute ja auch. Hörst du die Schüsse nicht? No, auch. Jo, Hammer. Hab ihn. Weiten haben wir auch. Okay. Wie läuft denn jemand? Ach du bist hart. Hörst du? Oh, Gott. Hm. Warum haben die mich denn getroffen? War von hier? Hier? Jetzt auf jeden Fall noch einer, der ist weggerannt. Wissen. Das. Ist der oben, nach oben gerannt? No, no, no. Hat er sich gelootet? Hab sie gelootet? Ja. Ja, kannst du verbrennen. Weil hier ist nämlich noch einer irgendwo. Ah, ich hab hier Lampe gefunden. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Das ist förbundet. Jusik. tudocs? Vielen Dank. Ja. Oh, hier unten ist wie so ne Munitionskammer hier unten. Okay. Wie bist du da runtergekommen? Rausgegangen. Und dann? Aber da unten. Wo denn raus? Irgendwo raus. Ich hör irgendwas laufen. Ach ne. Das war die drei, glaub ich gehört auch. Hallo, komm ich hier raus? Und dann? Hier. Da. Ah. Hilfe. Hä? Oh. Wir sind eingesperrt. Entschuldigung. Ja, dann gehen wir nach Stone Mill, oder? Nach Weeping. 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 Ab nach Weeping. Aber es war eben echt gut, Ragun, wenn wir das gemacht haben. Ja. Na ja, gut, wenn die da wie die Lemminge reinlaufen. Ja, aber es war so, ich war halt geduckt. Ragun konnte über mich schießen, ich hab unten geschossen, dann haben wir beide auf den Raum. Ja. So gut. Ja. Und dann kam der zweite. Hä? Hä? Der Z5. Der Z5. Der Z5. Z5. Sahle. Wahnsinn. Das sind Flunker? Z5. Flunker. Jaaa? Da wir drin geschossen, und einer ist angeschossen worden. Na, der eine Schuss kommt auch von außerhalb. Mhm. Das ist so geil. letzte mal da sind wahrscheinlich im westen nordwesten irgendwie wahrscheinlich auch noch welche mal in der nase juckt hilfe die von kompeten oh ja man hält immer die ganze dazwischen nicht immer so ein adler da müssen wir uns mal ein bisschen drehen weil die kommen uns gleich direkt in den rücken da habe ich ehrlich gesagt nicht so los was ja warte aber kommt mal kurz näher weil die sind gleich bei euch im rücken ja da oben auf dem balkon jemand ja ich möchte nicht dass wir so von hinten du musst aber nur aufpassen von da aus aus der richtung kommen auch noch schüsse irgendwie von außen oder von außerhalb kann auch aufpassen oder da jetzt lang rennt nicht so weit weg vielleicht geht doch alle kacken ab ihn da war nämlich einer am stein wie ich jetzt so schön der hätte es drücken kann das die kommen da da aus den gesehen hat ja ich habe da überall fest gehangen bei den steinen aber eigentlich liege ich sicher wie viel meter was denn aus dem haus glaube ich war noch mündungsfeuer aus mosinagant 50 meter hier unten läuft irgendwo rum hat ein hit neo läuft hier nur rum aus dem haus ungefähr pingu weg gerade eine kleine ahnung irgendwo hinter den steinen aus dem haus der hütte ist immer noch einer da wusstest du versuch's wo bin ich ja 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 da ja ja da wer der die 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 frag mir wo die frau hin ist von dem hm ich hab gedacht ich frag mir wo die frau hin ist von dem oh gott was wollte ich nicht ich wollte nicht schießen ich hab außer sehn schuss losgelassen ich hab da gerade ein stacheldraht reingeworfen da ist keiner rausgehüpft vielleicht ja schon vorher abgehauen oder der ja keine ahnung jetzt habe ich den adler gehört ja scheiße ist tot das war eine fetterlesung in der schussfolge weiß nicht ob der da war der auf euch geballert hatte hatte so einen schwarzen mantel an gehabt ich glaube brille irgendwas im haus und der da oben ist tot ich höre vor uns was rennen da alter was ich hab die voll viel getroffen ich dachte ich hab die gekillt hat mich schon wieder erschossen ich hab niemanden erschossen nein ich weiß hier so mal hat nein wo wir da tot liegen ich hab's gerade gesehen nein gut da kommen andere schüsse aber rechts sind zwei links sind zwei stück die uns gekillt haben die sind links die waren vor uns mich hat die selber gekillt wie vorher und die kam von da unten irgendwo ich glaube wo du gerade hinguckst ja ich weiß da kamen die beiden die da ja ich dachte die hätte erschossen jetzt also da ist noch eine ja die hört ja nicht mal auf nachzuladen hat so viel spaß an ihrem leben aber ich hab die echt getroffen und trotzdem klar alter das ist so unendlich dumm so bescheuert ist das die können einen gar nicht sehen durch den wald das macht überhaupt nicht mal Sinn du guckst in den wald rein und dann sehen die einen so ja ja da ist auch klar und ich hab das an die die das baute genommen haben vielleicht haben sie einfach nur in die richtung geschossen ja okay wer hat sie sich gehabt aber sonst ja ich bin extra durch den wald die gebühr da krieg ich den so wir haben sechs insgesamtte tötungen drei tötungen hab ich gemacht und ein unterstützten nicht schlecht ja ich habe auch zwei unterstütze du hast diesen jäger getötet und eine tötung du hast von dem getötet okay das sechs stück nicht schlecht ja ich hatte zwei ja lief doch gut also dafür ja und alles mehr oder weniger drüber und drunter geht naja falls es euch gefallen haben sollte dann lasst gerne ein like da und schaltet das nächste mal zur handshowdown wieder vorbei vielleicht auch wieder vom test server und sonst einfach ganz normal wieder einschalten bis zum nächsten mal bei guttags vorbeischauen und bei ragun und ist alles verlinkt in der beschreibung bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss